es sind immer so viele wege jetzt macht nur spaß wirklich hier hätten wir noch ein bisschen das wieder die mine und hier sind auch ja komm doch ja jetzt hast du schnurze voll hätte ich aber auch an einer stelle danke in die mine wollte ich doch nicht habe ich ja eben schon so leicht nebenbei erwähnt hätten wir das auch erklärt hier was hier so gibt nämlich da mache ich hier nicht erstens leim kaputt gemacht ist ja mal ekelhaft auch guck mal da unten glattis wie komme ich hier runter das ist ja jetzt blöd wie komme ich denn hier runter ach man ey immer dieses wegebuddeln schnauze hier popel meine popel kommt her meine popel kommt zu papa habe ich glaube ich habe ja freust du hier ins ohr nur um mir noch mal zu sagen dass ich gold gefunden habe was ich ja nicht schon von mir aus weiß gut dann werden wir wieder bei der mine habe ich jetzt das möchte ich jetzt nicht wir machen da mal schon mal eine vergehen geht sein alle himmelsrichtungen das macht mir jetzt gar keinen spaß hach menschen tag ja hallo schweinig hier sehen er wie ein profi wo sei denn wo sei denn das ja und springen und ja und feile fangen jetzt da bin ich gut sag doch mal kannst du kannst mir immer loben was ist denn das da sind das maragde ich weiß das nicht alter in welches richtungen geht der man die höhle hier sowas haben wir den jungen außer und brühe kopf wohl affe das eisen lasse ich jetzt mal da wo es ist wir muss man erst mal hier so ein bisschen profilaktisch ausleuchten bevor mir hier irgendeiner an kopf springt so hier hat man wieder die mine aber hier ist schon verdammt laut also wie das auch noch mal ich will seine scheiße nicht ich will redstone finden nur ein einzigen mehr brauche ich gar nicht gut von hier bin ich oder scheiße geworden das jetzt scheiße wo war ich jetzt hier bin ich lang hier habe ich dann gern da habe ich lang hier von wo bin ich jetzt gekommen hier bin ich lang gerne so da waren die von hier da ist aber auch noch mal sag mal wo bin ich jetzt gekommen das macht mich ja jetzt total körper ja ja als fressbrett jetzt komisch oder normalerweise da ist links die fackel ich von hier hier ist wieder rechts die fackel da soll so ich werde bekloppt redstone 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 meins 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 halt die schnauze wie du heiß komm her mit einer oh 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 moment 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 so man so man so man so man so du besser faire les gens Stamm! Du Lump! Oh, hässliches Kind! Redstone! Und jetzt freuen wir uns alle! Vor Freude esse ich doch glattes Brot! Gut, dann nehmen wir mal das Eis noch mit! Redstone! Und so viel, auch schön! Ich freu mir! Ich freu mir voll den Keks hier! So, das wieder zu! Und dann war hier noch Redstone! Juhu, das ist ja Lapislazuli, oder? Was das für einen Sinn hat, weiß ich bis heute noch nicht! Dieses Zeug, außer dass man da irgendwie Sachen mit färben kann, hat mich so der Sinn noch nicht erschlossen, was das Ganze bringen soll! Ah, ist das räudig! Immer diese Neugier! Ich kann's ja mal mitnehmen! Ach, dafür kriegt man auch Erfahrungspopel! Aber da hinten ist auch noch Redstone! Roter Stein! Okay! So, Schaufelmasch... So! Guck mir! Eine ganze Erde wegkloppen! Bisschen Platz! Kohle, Kohle... so mal gucken ob wir das jetzt kriegen jetzt gut wer ist bitte und jetzt gehen wir wieder zurück ich will nach hause ja ja so hier sie verlegen da ist rechts das ist schon mal toll ach hier dem wollte ich ja mitnehmen ich würde mal gucken was das ist so moment was ist das was ist das schusssicher 2 haltbarkeit 1 fehlerfall 1 geil haltbarkeit 1 schuss sicher 2 geil es war leder aber was willst du machen wie war es mit dem geschenken ich gehe jetzt hier ich nehme schon noch mit ich glaube ja dass ich von hier irgendwo haja gold wollte ich auch noch mitnehmen wo ich schon mal dabei bin ja hier ist eine höhle man soll sich glauben wer es bis jetzt noch nicht mitgekriegt hat das ist eine höhle jedenfalls hier soll irgendwo eine sein habe ich gehört man könnte ja man da hochgucken nämlich das hier noch mit es ist zwar kohle bloß ein bisschen platz haben wir noch für kohle da ist noch ein bisschen eisen ach wo wir schon mal hier sind mensch was sollt mit die scheiße das ist ja nicht zu ertragen der rest lasse ich das ist mir zu blöd so wo wollte ich jetzt eigentlich hin ich wollte ich wollte ich wollte wo wollte ich nie ich wollte auch hoch rennen war es nicht so hier sind sie noch rechts da hinten da bin ich gekommen wir nehmen wir das schwert hier hoch genau von hier sind wir gekommen unser schöner abstieg hier so hier sind so rechts wieso sind jetzt wieder rechts da mache ich auch schon die so sind diese fackeln rechts muss ich doch hier lang gelaufen sein Von irgendwo muss ich da gekommen sein So, jetzt renne ich hier zurück Jetzt sind sie links, jetzt sind die rechts Da muss ich ja von hier gekommen sein, oder? Logischerweise Ich bin hier hingekommen Nach oben geht es nicht Da bin ich lang gelaufen Also hingelaufen Und hier bin ich runtergelaufen Dann muss ich ja laut Adam Riese Von hier irgendwo Gekommen sein Mensch Mach doch mal weg hier So Mal schnell eine Fackel wieder dran batzen So, da bin ich hochgelaufen Und von hier bin ich gekommen Hier ist eine Spinne Die mir ins Ohr schreit Komm mal her Komm her du Großfresser Komm her du Großfresser Nun komm noch Du bist ein Schuss So ein Palutier Schreit mir ja nicht in das Ohr So, von da bin ich nicht gekommen Da drüben So hochgelenk Es ist schon kurios Was ich mir hier gebaut habe Könnte ich von hier kommen Könnte sein Gucken mal Das sieht doch schon mal gut aus Oder Moment Ich muss noch ein Bild machen Und gleich muss ich noch eins machen Wenn ich hier nämlich Bald Ich bin schon mal eine Stunde Darfst du kinder zählen Gut, dann bin ich von hier Nee, bin ich nicht Bin ich von da unten Au Kann ich erst mal überlegen Bevor du mich ja wehtust Komisches Kind So, hier ist er auch links Boah, ey, hier kommst du so durcheinander Von wo bin ich denn mal gekommen Ein Enderman Ja, na sicher Verpisse dich Ich hab dich nicht angeguckt So, hier kommst du auch links Wieso ist hier links So Denn ist hier beleuchtet Aha Da war ich noch nicht Warum ist hier nicht ausgeleuchtet Erklär mir das